Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Ruhner und Regula Stempfli. Auf das Gute in der Welt. Auf die Frauen. Mit diesem Trinkspruch begrüsse ich Sie und euch zur neuen Folge «Die Podcastin». Hallo, Regula Stempfli. Hallo, Isabel Ruhner. Wie schön. Gab es mal einen Trinkspruch, der so heisst? Also wirklich Trinkspruch oder ist das unser neuer Trinkspruch? Ehrlich gesagt ist das seit vielen Jahren mein persönlicher Trinkspruch, der so entstanden ist. Ich habe irgendwann mal mitgekriegt, dass jemand gesagt hat, auf das Gute in der Welt. Und dann dachte ich, nee, irgendwie ist das nicht so vollständig. Und seitdem sage ich sehr oft, auf das Gute in der Welt, auf die Frauen. Wunderbar. So zu beginnen, ist doch grossartig für unsere Folge, in der wir beschlossen haben, wir wollen jetzt nur über Positives berichten. Ja, zumindest haben wir es uns vorgenommen. Und ich habe dann gedacht, das erste Positive, wenn ich so zurückgucke, auch auf das Jahr 2023, aber auch auf jetzt die letzten Tage ist, dass wir positiv zurückgewonnen haben als Wort. Also wir denken nicht mehr als erstes bei Positiv an das Ergebnis eines Corona-Tests. Au! Und das ist doch schon eigentlich positiv, oder? Ja. Sehr klug, sehr klug. Da ist die Germanistin wieder weit vorne. Und ich denke schon wieder, ach, jetzt hätte ich doch noch was Neues bringen sollen. Aber ich möchte nur schnell sagen, es hat mir sehr gut getan, dass wir vor drei Tagen oder vor zwei Tagen einfach gesagt haben, so, wir dürfen nur Positives bringen in dieser Folge, weil ich da die Nachrichten ganz anders gelesen habe. Also ich wollte, ich habe dann auch aus irgendwie bedrückenden Nachrichten dann plötzlich gemerkt, ah, aber es gibt da einen Dreh, den können wir positiv quasi deuten. Sorry. Ich bin nicht so sprachgewann. Ja, allein bei uns, es ist relativ früh morgens an einem Wochenende. Das müssen wir vielleicht einmal sagen. Also allein bei uns beiden gab es in den letzten zwei Wochen einiges Positive. Über mich ist in der Taz ein großes Porträt erschienen, was mich sehr gefreut hat. Dann wurde ich eingeladen im Geschichtspodcast der Welt, Aha History, über die Geschichte der Demokratie in der Schweiz, also die Einführung, den Kampf ums Frauenstimmrecht zu berichten. Und du hattest einen brillanten, grossen Artikel in der Schweiz über Judith Butler und den Werteverlust, den wir aktuell erleben. Absolut, der mir enorm viel Hate-Mail, was nicht so positiv ist, eingebrockt hat und eine Klage, die ich machen muss, weil ich verleumdet werde. Aber grundsätzlich sind das alles sehr gute Nachrichten. Ich habe übrigens einen Witz ganz schnell zum Beginn, wegen dem Positiven. Wir versuchen es wirklich positiv zu sein, alle merken es. Also es ist einfach ein böser Anti-Männer-Witz, da bin ich ja ganz weit vorne. Wie kriegt man das Gehirn eines Mannes auf die Grösse einer Erbse? Kräftig blasen. So, jetzt fahren wir weiter. Willst du beginnen mit einer guten Nachricht? Total gerne. Sandra Hüller, die grossartige Schauspielerin Sandra Hüller, gewinnt den Europäischen Filmpreis für ihre Hauptrolle in Anatomie eines Falls. Wir haben in den Podcasts über diesen Film berichtet, in der Folge vom 25. November. Sandra Hüller wird als beste Darstellerin ausgezeichnet. Und das zeigt auch wieder, es ist wichtig, solche Preise zu haben. Und ich lobe hier auch den Europäischen Filmpreis, der eben auch nach wie vor eine beste Schauspielerin und einen besten Schauspieler auszeichnet. Anders als beispielsweise die Berlinale, wo es das Jahr seit einiger Zeit nicht mehr gibt, jetzt das zweite Jahr nicht mehr gab. Und ich hoffe, dass die neue Leiterin der Berlinale, die jetzt bekannt gegeben wurde, die die Leitung ab April 2024 antritt, Trisha Tuddel, das wieder ändert. Denn stellen wir uns vor, also Europäischer Filmpreis, Sandra Hüller, beste Darstellerin, Mats Mikkelsen, bester Darsteller. Gibt es nur noch einen Preis? Haben wir nur Hüller oder Mikkelsen? Wen wählt ihr denn? Also von daher, Sandra Hüller, grosser Erfolg. Ich freue mich sehr. Wunderbar. Passt zu meinem nächsten Thema, das euch und Sie alle überraschen wird. Ich lobe Markus Söder von der CSU. Und da werden wir wahrscheinlich ein bisschen diskutieren müssen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Er kündigt gross über Bild und Süddeutsche Zeitung ein sogenanntes Genderverbot an Schulen und Verwaltungen an. Und alle schreien auf und ich denke auch die meisten unserer Hörer und Hörerinnen. Und weshalb finde ich das eine gute Nachricht? Weil mein erster Gedanke war, ah, jetzt werden wir die sogenannten Flintas los. Fragt mich nicht, was Flinta bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiss nur, dass sie im letzten Jahr synonym für quasi heterosexuelle Frauen gebraucht wurden. Also es war dieser Avatar der Biologismen, die Frauen auch als Menschen mit Uterus bezeichnen. Oder eben diese ganzen neuen biologistischen Neusprechkategorien, die so natürlich politisch die Wirkung haben, dass Frauen unsichtbar werden. Also darüber haben wir ja ganz viel schon in die Podcasting gesprochen. Und Isabel Rohner, wenn du mir gerne helfen willst, sag mir, weshalb eben Flinta abzulehnen ist. Oder bist du nicht... Flinta, ich sage immer, Flinta ist eine Resterampe. Flinta taucht übrigens auch in hochoffiziösen, ministerialen Kontexten vermehrt auf, um Menschen zu bezeichnen, unter anderem 51 Prozent der Bevölkerung, nämlich Frauen, aber die in einen Topf zu werfen mit Gruppen, die völlig undefiniert sind und auch absolut unterschiedliche Interessen haben. Also intersexuelle, non-binäre, trans und agender sind die anderen. Und lesbische Frauen sind doppelt als Frauen und als Lesben. Also dieses Akronym ist absolut frauenverachtend, ist menschenverachtend, weil es Menschen zum Verschwinden bringt. Wenn man Probleme, die bestimmte Gruppen haben, bezeichnen will, muss man die Gruppen, die es betrifft, bezeichnen. Und tatsächlich, welche Problemlagen teilen sich diese Gruppen? Also eine Alleinerziehende, die keinen Unterhalt bekommt, wie 50 Prozent aller Alleinerziehenden in Deutschland keinen Unterhalt bekommen von ihrem Ex-Partner, die hat denkbar wenig zu tun und gemeinsam auch politisch mit Agenda. Was soll das sein? Genau, genau. Ach, ich, deshalb liebe ich meine Partnerin in die Podcastin, Isabel Ruhner. Erinnere dich bei Gelegenheit daran. Unbedingt, unbedingt, genau, wenn ich mich dann wieder ärgere. Aber eben, also du hast das absolut auf den Punkt gebracht, so wie ich es nie hätte bringen können. Aber deshalb finde ich das Genderverbot von Markus Söder tatsächlich super. Was meint er denn damit? Ich sage dir dann auch, was er damit meint. Aber für mich ist es eben, das ist ja immer die politische Wirkung entscheidend. Leute, wir müssen nicht über die Sprache und die neuen Begriffe die Welt verändern, sondern es kommt auf die Taten drauf an. Sehr verehrte Damen und Herren, das Neusprech, Menschen als linguistische Avatare nach ihrer Kategorie Biologie, Jahrgangskilo- und Zentimeterverhältnisse einzuordnen, was ich schon 2013 geschrieben habe, und nicht nach ihrem Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz. Das geht gar nicht. Also was hat Markus Söder gemeint? Er hat natürlich gemeint, weil in vielen Bundesländern, wie Isabel Ruhner, wie du das gerade angesprochen hast, auch schon auf offiziellen Papieren eben das Gendern, nicht nur quasi ein Gendern, also eine Ansprache von Schüler und Schülerinnen passiert, sondern eben diese Kategorien, dieses Neusprech der Auflösung der Wirklichkeit nach ideologischen Vorgaben zum Amtsschimmel geworden ist. Also ganz viele Stellen beschäftigen sich jetzt in der Verwaltung mit der Umsprache, Umsprechung und Umschreibung von offiziellen Amtspapieren. Und genau das will Markus Söder verhindern. Er hat einfach wahrscheinlich von der Regierung oder sein Vorsitzender der Direktion für Amtsschimmelpapiere hat wahrscheinlich ein Schreiben gekriegt, der Amplregierung, dass doch in Zukunft alle offiziellen Texte gegendert werden müssen. Und zwar nicht nur einfach gegendert, wie sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger, so wie ich übrigens auch in meiner Einbürgerung angesprochen wurde, sondern eben dieses Neusprech, dieses Gender-Neusprech mit den unterschiedlichen Kreuzchen und unterschiedlichen biologistischen, ideologisch vorgegebenen Kategorien. Dass er das einführen soll in ganz Bayern, weil das haben wir nicht, glücklicherweise sage ich jetzt. Und eigentlich ist es ja kein Gender-Verbot, sondern er hat einfach angekündigt, es wird in Schulen und Verwaltungen, wird die Sprache nicht angepasst, sondern sie bleibt, wie sie ist. Jetzt haben natürlich daraus die linken Zeitungen und auch die feministischen Organisationen ein Gender-Verbot gemacht und quasi unser Anliegen der Podcasting, die Sichtbarkeit von Frauen quasi in die Diskussion eingeworfen. Und hier wieder einmal mehr, die Podcasting muss differenziert argumentieren. Selbstverständlich sind wir für die Sichtbarkeit von Frauen, gerade auch im politischen und Verwaltungskontext. Deshalb bringen wir ja auch immer unseren Spruch und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote, weil eben die Frauen oft nicht mit gemeint sind, auch in der Sprache. Aber selbstverständlich wehren wir uns auf jeden Fall. Ich wäre nicht vehement gegen die Auflösung von Frauen als Kategorie durch Sternchen und durch die sogenannte Integration aller Gruppen, die erstaunlicherweise nie unter Mann der Bürger auftauchen, sondern immer nur bei den Frauen. Während denn Frauen jetzt nach Uterus-Eylighter und Penishalterin quasi umformuliert werden und alles bei Frauen Platz finden müssen, bleiben Männer Männer. Genau, es gibt nur Flinta, es gibt kein Minta. Es würde ja genauso Sinn machen. Minta, ne? Männer, intersexuell, non-binär, trans, agendia. Warum nicht? Ne, ist nicht denkbar, weil der Mann ist die Norm. Ich finde das interessant, dass du dieses Thema bringst. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich wurde tatsächlich letzte Woche von einer Freundin gefragt, ey, hast du das mitgekriegt? Söder verbietet das Ständern in Bayern, wollt ihr darüber nicht berichten in die Podcastin? Meine spontanen Reaktion war, du, wenn wir darüber berichten, dann unter dem Aspekt Ablenkungsmanöver von wirklich, wirklich dringenden politischen Frauen, politischen Anliegen, die dringend mal umgesetzt werden müssten. Genau. Wie beispielsweise die, was ich vorhin gesagt habe, ne? Unterhaltszahlungen an Alleinerziehende, Gewalt gegen Frauen. Genau, die Frauenhäuser. Da passt das hier gar nicht. Frauenhäuserfinanzierung. Ja. Von daher, ich finde das wirklich interessant, denn ich habe es nur mitgekriegt, diese Headlines waren ja überall. Ich merke, es betupft mich, weil für mich Gendern immer noch etwas sehr Positives bedeutet, nämlich die Sichtbarmachung von Männern und Frauen. Also, ich bin 80er Jahre, ne? Ich weiss, die Begriffsdefinition 80er. Und genau deshalb habe ich das gebracht. Ja. Weil mir ging es natürlich genau gleich. Und deshalb möchte ich das als Politphilosophin als Begriff aufzeigen, wie aufgrund der politischen Wirklichkeit Begriffe völlig pervertiert werden können. Und ich bringe euch deshalb ein Beispiel, dass ihr wisst, was ich meine und dass sie wissen, was ich meine. In der DDR war das meistgebrauchte Wort. Haltet euch, halten Sie sich fest. Frieden. Frieden. In der DDR wurden alle wichtigen politischen Zusammenkünfte, Verhandlungen, Diskussionen, Anschriften im Namen des Friedens signiert. Ihr könnt nicht ahnen, Sie können nicht ahnen, wie im ganzen, im gesamten Ostblock jede diktatorische Massnahme damit begründet wurde, dass sie Frieden schafft. Und ich habe mich deshalb damit beschäftigt, weil ja jetzt alle Frieden fordern im Nahen Osten und habe gedacht, irgendwas klingelt doch da bei mir als alte Forscherin zum Kalten Krieg, um tatsächlich Frieden. Also diese Perversion von enorm wichtigen, kollektiven, verbindenden Visionen der Menschheit mittels Begriffen sind ja im Ostblock unglaublich pervertiert worden. Deshalb haben wir ja bei George Orwell 1984, 1984, einer der grössten Sozialisten, der sich eben dann, der sich dann mit dem Kommunismus auseinandergesetzt hat. Dem grossen Literaten George Orwell und dem grossen Freiheitsvisionär. Deshalb hat er ja im 1984 dieses sogenannte Neusprech entwickelt, um uns allen zu zeigen… Das ist so krass. …wie Politik, ja, wie Politik mittels Begriffen gemacht wird und wie quasi mit den Visionen von Regula Stempfli und Isabel Ruhner, puncto Gendern, puncto Sichtbarkeit von Frauen, eine, sich eine, eine Ideologie über Begriffe und Sprache nicht nur einschleicht, sondern verordnet wird, die das Gegenteil bedeutet. Selbstverständlich hast du Recht, dass mit dem Gendern von den Rechten und Rechtsextremen und Bürgerlichen, mit dieser Attacke auf Gendern, dass hier absolut keine Gleichstellung gemeint ist. Ich bin aber im Kampf um die bestehende Gleichstellung, die entwickelt werden wollen, bin ich froh um solche Stellungnahmen, weil wir realisiert haben in Berlin, gerade in der Stadt Berlin, finden unter dem Begriff Gendern Politiken statt, die absolut misogyn sind. Weißt du, meine, meine Befürchtung bei diesem, eben weil dieser Begriff aktuell nicht ausreichend definiert ist, sondern mit Assoziation gefüllt, meine Befürchtung ist, dass wir einen Riesenschritt zurück machen und nicht nur die Sternisierung, ich nenne sie jetzt mal so, die übrigens blinde Menschen ausschließt. Ich will es nur mal sagen, die Dudenredaktion sagt seit Jahren, Menschen mit Sehbehinderungen, die können das nicht lesen. Ja. Und darauf wird ja überhaupt nicht Rücksicht genommen. Vielen Dank. Das ist ganz wichtig. Dass wir einen Schritt zurück machen, dass nicht nur die Sternchen bekämpft werden, sondern die Sichtbarkeit der Frauen und wir wieder landen beim generischen Maskulin. Und das heisst, wir machen mal eben 65 Jahre zurück. Mhm. Und wird nicht passiert. Das ist meine… Wir wollten… Nein, wir sind sehr, sehr positiv. Und ich sage ja immer, wir kämpfen für die Gleichstellung, Freiheit, soziale Mobilität und weibliche Selbstbestimmung. Das ist das Programm. Ich muss noch eine Nachfrage stellen. Ja? Passiert denn tatsächlich etwas jetzt in Bayern? Also in Bayern passiert einfach das… De facto? Also de facto passiert einfach das, dass das Sternchen nicht auf den Amtspapieren eingeführt wird. Okay, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Das finde ich wirklich eine frohe Botschaft. Und ich wollte das hier reinbringen, weil ich eben die frohe Botschaft bringen möchte. Leute, es geht mir als Politphilosophin immer darum, dass es eine grosse Diskrepanz gibt zwischen den Begriffen, der Sprache und der Wirklichkeit gibt. Und dass in dem Moment, wo der Graben zwischen Begriffen und Wirklichkeit so gross wird, dass wir nur die Köpfe schütteln müssen und quasi einer pervertierten Sprache gegenüberstehen… Es gibt ja ganz viele Beispiele, haben wir dieses Jahr ganz oft besprochen, wie beim sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, dass wenn dieser Graben so gross wird, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger erkennen, jetzt ist Ideologie am Werk. Das ist eigentlich meine Botschaft. Ja, das ist eine wichtige Botschaft. Zum Thema Gender noch eine Ergänzung. Auch unter Gender passiert momentan, du hast es gesagt, ganz unterschiedliches. Und ich will einfach zwei deutliche Botschaften nennen. Auch da müssen wir einfach sehr genau gucken. Es gibt an der Charité in Berlin… In Berlin ist nicht alles schlecht und auch nicht alles ideologisch. Noch nicht. An der Charité gibt es einen Forschungslehrstuhl. Der nennt sich Gender in Medicine. Der ist angedockt an die dortige Kardiologie. ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Herz-Kreislauf-Forschung, weil dort untersucht wird, wie Krankheitsverläufe bei Frauen ablaufen. Und das läuft eben unter nicht Women in Medicine, sondern Gender in Medicine. Aber gleichzeitig gibt es eben auch Lehrstühle an Universitäten, nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Weltweit. Wo man sehr genau gucken muss, was wird denn unter Gender Theory. Da sind wir eben sehr schnell bei der Postcolonial Studies, die mit ein Problem sind und mit auch der Grund sind, warum momentan so viele vermeintlich sich links schimpfende junge Studentinnen und Studenten in London und in Deutschland auf die Strassen gehen, um für die Auslöschung Israels zu protestieren. Also wenn wir schon da sind, muss ich das bringen wegen Gender. Was Gender Theory und Queer Theory, was unsere Universitäten in den letzten zehn Jahren unter dem Deckmantel von D-E-I, D-Punkt, E-Punkt, I-Punkt, so nenne ich es. Meistens schreiben sie es ohne Punkt. Das heisst Diversity, Equity und Inclusion. Also das heisst eigentlich übersetzt Diversität. Equity ist ein Bankbegriff. Das heisst Eigenkapital und Inclusion. Ja, sorry. Ja, gut. Nein, ich finde das großartig. Und Inclusion und Inklusion heisst Inklusion. Das heisst aber auch, dann hast du eine Exklusion, weil du kannst dich nicht selber inkludere, sondern du bist nur included, oder? Also dieses sogenannte DI nennen das die Amerikaner und Amerikanerinnen an den Universitäten. Also Diversität, Equity und Inklusion. Dies ist der neue Begriff für die demokratiefrauenfeindlichste Ideologie, die es überhaupt gibt. Eben wie Frieden in der DDR herrscht an den amerikanischen Universitäten dieses DI. Und Leute, als ich diese Abkürzung gesehen habe, weil in Deutschland wurde das natürlich nicht besprochen und in der Schweiz oder die kopieren einfach allen Scheiss, ohne überhaupt zu merken, was sie da machen. Dieses DI erinnert mich immer an Opus DI oder diese rechtskatholische Sekte. Natürlich, DI heisst Gott. Also bei den Römern waren das die DI cum Romulus. Ja klar, einfach das ist die Gottesvorstellung. Oh mein Gott. Und es ist so selbstverständlich, dass an den Universitäten seit über zehn Jahren Gottesvorstellungen geherrscht und gelehrt werden. Und falls sie und ihr jetzt meint, jetzt flippt sie völlig aus, La Stempfli, habe ich eines den unfassbar besten Beispiele dieser unterirdischen Götteranbetungen von LGBTQH, Hamas steht, also LGBTQH, H steht für Hamas, habe ich in diesen Wochen gesehen. Nimm das L raus. Ah ja, ich nehme das Lesben raus, ja genau. Das Q, was auch immer. Also vielleicht einfach für unsere Menschen, die nicht an den Universitäten tätig sind. Punktogender. Spätestens in den letzten zehn Jahren wurden Millionen, ja Milliarden ausgegeben für eine Neuorganisation der klassischen Fächer wie Geschichte, Jura, was haben wir noch? Germanistik, also in den Sozialen und Geistes. Kulturwissenschaften. Kultur, genau. Die heissen dann Kulturwissenschaften. Nicht mehr Ethnologie und Soziologie. Also es sei in den letzten zehn Jahren, also es hat vor 20 Jahren begonnen mit der Bologna-Reform 1999, aber in den letzten zehn Jahren hat sich das in allen, also mit den Milliarden geförderten Forschungsbudgets, hat sich das in allen Forschungszusammenhängen und Universitäten etabliert. Und zwar diese Art der völligen Umdeutung der klassischen Wissenschaften in Kreditpunkte-Wissenschaften, was da bedeutet, dass du alle herrschenden Kategorien von Wissen, Leistung, Kompetenz zugunsten einer Diversität, eines Kapitaleigentums, also sogenannte Gleichheit und einer Inklusion aufgegeben hast. Und das siehst du in den letzten zehn Jahren auch an den Programmen. Und alle haben gelacht, als ich das immer wieder auch in meinen Texten kritisiert habe, was ich übrigens darf, weil ich ja unabhängige Expertin für die Europäische Kommission bin und in der Funktion auch schon die schlimmsten Programme habe verhindern können. Also nicht nur ich, aber mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Und alle lachen mich aus und sagen, ach du, also du klingst wie eine Verschwörungstheoretikerin, das kann doch nicht wahr sein. Was ist aber in der letzten Woche passiert? Die drei Präsidentinnen in den USA von MIT, Harvard und Penn, das sind die drei Elite-Universitäten, die wurden vor den demokratischen, also überhaupt für den Kongress, also das Parlament, das Parlament in den USA eingeladen. Und die drei Präsidentinnen mussten Auskunft geben über die gravierenden antisemitischen Vorfälle an ihren Universitäten und über die Forschungsprogramme, die Antisemitismus mit Millionen auch finanzieren. Sie mussten dem Kongress, weil diese Universitäten sind, mit öffentlich-rechtlichen Geldern bestückt, mussten Auskunft geben. Und dann gibt es, ich werde das ganze Protokoll, kann man nachlesen, das waren über fünf Stunden. Es gab, es gibt einen grossartigen Clip, wo die Senatorin eine Republik… Congresswoman. Sorry, Congresswoman. Willst du übernehmen? Nein. Ich höre dir zu. Ich bin ganz gespannt. Sorry, wo die Congresswoman, ich wollte Republikanerin sagen, nicht Senatorin, wo die Congresswoman, jetzt habe ich den Namen, jetzt finde ich den Namen nicht, Elise jetzt, wo die Congresswoman Elise Stefanik von den Republikanern und einer Trump-Supporterin, was natürlich von den Zeitungen sofort negativ geäussert wurde, wo Elise Stefanik ganz, ganz normal gefragt hat, auf die Frage, genau, hat ganz normal gefragt, Zitat, entspricht der Aufruf zum Völkermord an Juden dem Verhaltungskodex der Universität? Das war die Frage. Entspricht der Aufruf zum Völkermord an Juden dem Verhaltungskodex der Universität? Jetzt könnten wir ganz normal denken, also da hat sicher jede Präsidentin der MIT, von Harvard und von der University of Penn, hat sicher jede sofort gesagt, ja. Entspricht der Aufruf zum Völkermord an Juden dem Verhaltungskodex der Universitäten? Nein, natürlich nicht. Sind sie wahnsinnig? Das wäre die Antwort gewesen, okay? Der Wahnsinn. Und dann kamen die Antworten folgendes, ich zitiere, ich habe alles copy-paste und übersetzt. Das kommt auf den Kontext drauf an. Oder, naja, wenn aus Belästigung verhalten wird, dann vielleicht schon. Oder mein Liebling, Zitat, antisemitische Rhetorik, wenn sie sich auf Verhaltensweisen niederschlägt, dann ist sie Belästigung und Bedrohung und Einschüchterung. Und Elise Stefanik meinte darauf, die Congresswoman, wahnsinnig toll, fragte dann, wenn der Genozid also vollzogen wird, erst dann entspricht es nicht dem Verhaltungskodex ihrer Universität. Der Wahnsinn. Und dann sagt die Harvard-Präsidentin Gay, Claudine Gay, sagt, well, it depends on the context, Congresswoman. Es war so unterirdisch gut. Und deshalb bringe ich es als gute Nachricht. Diese drei Präsidentinnen haben das, was ich schon vor 20 Jahren angedacht habe, nämlich mit der Auflösung der Welt, mit der Auflösung der Urteilskraft, das ich gemeinsam mit Hannah Arendt erarbeitet habe über die Elemente und Ursprünge digitaler Totalitäten anhand dieses Kreditpunktesystems Bildung, habe ich einen wirklich guten Artikel schon 2013 geschrieben. All das, was ich gezeigt habe, all das, wo ich gefedert und mit akademischen Nichtweihen bestraft wurde, all das, hat sich in diesem Video in acht Minuten entblößt, entblödet und gezeigt. Und ich finde eigentlich, dieses Video müssen wir alle die ganzen nächsten Wochen immer wieder wiederholen, dass Intellektuelle, wie in den 1930er Jahren, auf die Frage, entspricht der Aufruf zum Völkermord an Juden, dem Verhaltungskontext der Universitäten nicht mit Nein antworten können, sondern mit einem Zauberwort, also wie bei Voldemort, irgendwie ein Spell, wie sagt man, eben ein Zauberspruch, der heisst da Kontext. Und das finde ich grossartig. Ich glaube, alle haben jetzt gemerkt, Leute, ihr seid wahnsinnig. Und wenn die Zeit und die Süddeutsche versucht, diese Frage der republikanischen Congresswoman Elisa Stefanik quasi als Rechtsextreme in die Ecke treibende grossen Universitätspräsidentinnen darzustellen, muss ich einfach sagen, ihr seid die übelsten Mittäter einer antisemitischen, antidemokratischen und totalitären Ideologie, wie sie offensichtlich von unseren öffentlich-rechtlichen Geldern an den Universitäten gelehrt wird. Ich finde es grossartig. Voll bei dir. Voll bei dir. Ich war total schockiert. Ich habe einen Zusammenschnitt gesehen, der war ungefähr zehn Minuten, über genau diese Frage, die an die drei Präsidentinnen ging und deren Antworten waren ja erschütternd gleich. Ja. Und ich… Ja. Es ist der Kontext oder es depends, Congresswoman. Aber weißt du was? Ja. Also, mir macht das schon… Ich kann jetzt nicht nur jubeln über die Entblödung und Entblößung, denn das zeigt schon ein Grundproblem des akademischen Diskurses. Ich kann mich erinnern, wie interessant, ich wähle dieses Wort, wir das in den 90ern und anfangs 2000er Jahren an der Uni fanden, dass wir merkten, oh, wir können rein intellektuell jedes Thema zerlegen. Das ist unsere Grundkompetenz als Geisteswissenschaftlerinnen. Mhm. Aber das war ein, oh, guck mal, das kann man auch sagen. Und eigentlich ist es komplett unlogisch, aber in der Ableitung, in der rein intellektuellen Ableitung ist es logisch. Aber vergleicht man es dann mit der Welt, sieht man eine große Diskrepanz. Das war damals das Learning. Heute gibt es diesen Abgleich mit der Wirklichkeit nicht mehr. Und diese Gedanken, das siehst du ja an diesen drei Präsidentinnen, das ist ja eine rein intellektuelle. Naja, kommt halt drauf an. Naja, also willst du Vanille, Pudding oder Schokopudding? Naja, kommt halt drauf an. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, mach weiter. Es geht ja. Genozid gegen die Juden. Das ist nicht Vanille oder Schokopudding. Das ist eine wirkliche Gefahr in der wirklichen Welt. Und dann intellektuell darauf zu reagieren. Naja, gut, also kommt halt drauf an, wenn sie es jetzt so und so sehen. Oder vielleicht, wenn die Sonne drauf scheint. Naja, diese Relativierung. Es geht nicht. Ja, ja, aber Isabel Rohner, du bist eben wahnsinnig viel jünger als ich und wurdest mit diesem Schrott schon infiziert. Nein, eben nicht. Bei mir eben gerade noch nicht. Nein, du hast doch gerade die Kurve gekriegt. Aber die Generation der Zoomer und der Millennials, also alle, die nach so 1986 geboren sind, die wurden quasi wirklich infiziert mit einer postmodernen Beliebigkeit. Die keine Urteilskraft mehr ermöglicht, deshalb, weil Hannah Arendt nicht gelehrt wird. Ich habe 2002 meine Förderprofessur eingegeben, weil ich diese postmoderne Beliebigkeit untersuchen wollte mit dem Ansteigen des Rechten und Rechtsextremismus über die medialen Mechanismen als Förderungsprofessur. Und sie wurde mir abgelehnt und eine andere Förderungsprofessur mit Europa wurde angenommen, die irgendwelche rhetorischen Konzepte in den Verträgen von Europa untersucht hat. Und der ist jetzt immer noch Professor für politische Philosophie. Und das hat eigentlich alles gezeigt. Skandalös. Ja, der Wirklichkeit. Ja, der Wirklichkeit. Ja, ich finde, intellektuell, also es war nicht nur, es ist eben nicht intellektuelle Spielerei. Jetzt ist es hochpolitisch. Jetzt ist es politisch. Ich finde es auch nicht in Ordnung, an Universitäten Dekonstruismus zu lernen, bevor du nicht die Geschichte, also zum Beispiel in der Geschichte, in meinem grossartigen Fach. Ich finde immer, wer Geschichte in meiner Generation und vielleicht noch zehn Jahre später studiert hat, die weiss noch, wie Quellen zitieren. Die weiss noch, wie exakt die Dissertationen sein müssen, damit sie überhaupt angenommen werden. Übrigens die Harvard-Professorin Claudine Gay, die nicht zurücktreten musste nach diesem Hearing, was die schlechte Nachricht ist. Die gute Nachricht ist aber jetzt, dass sie endlich ihre sogenannten wissenschaftlichen Papers untersucht haben und sie steht jetzt unter Anklage des Plagiats, was natürlich ganz viele machen. Und ich möchte auch schnell die gute Nachricht, Leute, die Leiterin der University Penn, da ist das System natürlich noch nicht beendet, aber trotzdem eine sehr gute Nachricht, Sie muss, McGill, muss das sofort zurücktreten. Ja. Und ich wünsche mir das für die Universität Basel und die Universität Zürich, die ganz ähnliche Fälle haben innerhalb ihrer Universitäten, die mit Hunderttausenden von Nationalfondsgeldern die zutiefst antisemitische Forschung unterstützt haben und wenn wir wahrscheinlich genauer hinschauen, auch Antifrauenprojekte mit massiven öffentlichen Geldern finanzieren. Also wir finanzieren die Nattern an unseren Brust, wir finanzieren die Antidemokratie mit unseren Steuengeldern. Ich danke dir. Da brauche ich diesen Einschluss. Ja. So, jetzt zwei Punkte. Aber ich danke dir für deine letzten Punkte, weil das deckt sich mit dem, was ich sagen wollte. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt, was muss jetzt passieren? Denn es sind ja nicht nur diese drei Präsidentinnen, sondern es ist tatsächlich ein Gedankengut, was wir häufiger, immer häufiger sehen und wo man darauf achten muss. Und das Gefährliche, was ich aber auch sehe, ist, dass in der Debatte das dann als Zensur wahrgenommen wird. Und das ist wirklich, wirklich brutal. Das ist wie der Versuch, den du skizziert hast, wenn von einigen Medien dieses Hearing damit versucht wird zu bagatellisieren, indem man sagt, naja, aber die, die gefragt hat, die hat ja mal Trump unterstützt. Ja. Was völlig unzulässig ist. Das ist eine Politisierung von Realität, ja. Entschuldigung. Ich habe dich unterbrochen. Ja, und ein Ablenken. Und diese, und natürlich auch eine Schubladisierung, ne? Also wer darf reden? Welche Meinung oder welche Kritik wird gehört, weil diejenige, die das sagt, dann doch einer gewissen Schublade entspricht, also dann ein Gütesiegel hat? Ja. Das ist ja auch eine Art von Kommunikationslenkung, die absolut schwierig ist. Zweiter Punkt, Punkt Geschichte, Kenntnisse. Hey, und da sind wir jetzt wieder mitten in aktuellen feministischen Debatten, beziehungsweise, mein Feminismus ist ja kein Label, was geschützt ist. Wer sich heute alles Feministin nennt, ist ja durchaus interessant. Aber diese intersektionalen Feministinnen, das ist ja das Krasse, dass ganz viele denken, sie wären die Ersten, die sich mit der Interdependenz, dem gegenseitigen Beeinflussen verschiedener Kategorien beschäftigt. Wie? Rasse, Herkunft, Klasse, Geschlecht. Das stimmt aber nicht. Das gab es schon im 19. Jahrhundert. Und dieses Eklatern, und das wird ja genutzt, um sich zu distanzieren, ne? Also von Experten, die ein paar Jahre älter sind, weil sie die Geschichte nicht kennen, beziehungsweise diese Frauenverachtung so sehr internalisiert ist, dass man denkt, naja, aber die Frauen, die vor mir waren, die können gar nicht auf diese tollen Gedanken gekommen sein, auf die ich jetzt komme. Und deswegen muss ich sie gar nicht lesen. Und diese Frauenverachtung, die ist auch ein Teil des akademischen Diskurses, aber die ist auch ein Teil unserer Curricula in den Schulen, die Frauen mal eben einfach komplett ausklammern. Das heißt, ein Grundproblem ist immer noch die Leerstelle, das absolute Fehlen von Frauen in unserer Welt und unserer Geschichte und der Geschichtsvermittlung. Genau, von Frauen aus Frauen. Aber da hat ja Isabel Rohner enorm viel Vorarbeit geleistet. Und ich bin überzeugt, dass spätestens in zehn Jahren ihr Hedwig-Dombuch zur Schullektüre erklärt wird und ganz viele andere Bücher auch ersetzen kann von Typen, die man eh nicht mehr lesen muss. Du bist so positiv. Ich habe noch eine ganz positive Nachricht. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin wirklich knallehart. Das DEI, dieses Diversity, Equity and Inclusion, also die Diversität, Eigenkapital und Inklusion, dieses DEI, DEI, ist die neue Rassenlehre des 21. Jahrhunderts. Sie ist so zu beurteilen wie die Rassenlehre in den 20er und 30er Jahren an deutschen Universitäten. Das wollte ich einfach noch einbringen. Und sie ist frauenfeindlich. Absolut. Und homosexuellenfeindlich. Ja, sie ist homosexuellenfeindlich, sie ist antisemitisch. Sie schreibt die ganze Weltgeschichte neu für Diktaturen. Ist also quasi ein akademisches Liefergut für Diktaturen. Wow, auf den Punkt. So, wir bleiben bei meinem nächsten positiven Beispiel. In der Welt der Akademia, der Universitäten. Und ich möchte, möchte, möchte jubeln. Marie-Louise Vollbrecht hat vor Gericht gesiegt gegen die Humboldt-Universität. Wow, wow. Die Exzellenz-Universität, Humboldt-Universität. Ganz kurz, wir erinnern uns, Marie-Louise Vollbrecht ist Doktorandin der Biologie an der Humboldt-Universität und sie wollte im Juli 2022 bei der Langen Nacht der Wissenschaft einen Vortrag halten mit dem Titel Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Dieser Vortrag wurde von der Uni abgesagt, weil es zu Protesten kam von radikalen Transaktivistinnen und Transaktivisten. Die Absage hat die Humboldt-Uni mit einer Pressemitteilung bekannt gegeben, in der die Uni behauptete, die Meinungen der Doktorandin, die sie unter anderem auch in einem Artikel in der Welt kundgetan habe, seien mit den Werten der Uni unvereinbar. Diese Aussage wurde der Humboldt-Universität nun gerichtlich verboten, da sie das Persönlichkeitsrecht von Marie-Louise Vollbrecht verletzt hat. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, so wird das Gericht zitiert, verbietet es grundsätzlich dem unmittelbar an die Grundrechte gebundenen Staat, und die Humboldt-Uni ist ja eine, finanziert vom Staat, staatliche Universität, sich ohne Grund herabwürdigend über einen Bürger zu äußern, etwa eine von diesem verbreitete Meinung abschätzig zu kommentieren. Das ist ein riesen, riesen, riesen Erfolg und ein Meilenstein, der uns noch häufiger begegnen wird in den nächsten Monaten, wo es, ich denke, weitere Klagen geben wird. Also hier hat, ich kenne ja Unis genauso wie du aus vielen, vielen Jahren, ich weiß, wie Pressstellen an Unis arbeiten. Ich hoffe, dass es da auch Konsequenzen gibt, weil da und da richtig jemand aufs Dach bekommt, denn so geht es nicht. Das geht nicht. Die Uni hat hier ihre ganze Macht und Reichweite genutzt, um eine Doktorandin fertig zu machen, und zwar öffentlich, und das auch noch im Namen von Respekt und Vielfalt. Also die Pressemitteilung, das ist Hanebyschen. Das ist großartig. Ich bin dir so dankbar. Diesen Satz werden wir ganz fett herausheben, dass es nicht geht, dass der Staat gegenüber Bürger und Bürgerinnen sich herablassend äußert und das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt. Es ist so wichtig, weil das könnte natürlich auch für die öffentlich-rechtlichen Medien gelten. Das war genau auch mein Gedanke. Weißt du, jetzt auch wieder positive Nachricht. In den letzten Tagen hat das ZDF eine Folge von Böhmermanns Magazin Royal zurückgezogen, ist nicht mehr in den Mediatheken zu finden, weil sie eine Rüge vom Fernsehrat bekommen hat, beziehungsweise sich der ZDF-Fernsehrat den Kritiken angeschlossen hat gegen eine Folge über rituelle Gewalt. Diese habe, Zitat, verhetzende Wirkung. Ich habe natürlich direkt gedacht, da war doch noch was anderes. Also waren viele Dinge in den letzten Monaten bei Böhmermann. Aber da gab es doch auch eine Folge, wo er Frauen als Scheißhaufen beschimpft hat. Unter anderem auch einige namentlich genannte. Und ich darf da den Vergleich einmal ziehen. Auch die Doktorandin Marie-Louise Vollbrecht wurde in einer Sendung mit riesen Reichweite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so niedergemacht. Und ich weiß, dass es daraufhin riesen Protestwellen gab. Aber sind wir ehrlich, diese Proteste kamen von Frauen. Und mein Eindruck ist schon, dass Stimmen von Frauen auch 2023 oder 2023 wieder nicht so ernst genommen werden, als wenn sie von Harry Klaus und Wilhelm kommen. Ja, absolut. Ich weiss aber, dass sich der Presserat auch damit beschäftigt hat und das aber abgelehnt. Ich muss das wieder nachschauen. Also das war so unter fadenscheinigen, mit fadenscheinigen Argumenten. Aber du hast natürlich recht. Also Jan Böhmermann ist, wenn es um Frauen geht, unangreifbar. Er kann sich jeden Sexismus, jede Herabwürdigung, jede Frauenverachtung leisten. Übrigens auch wie die Heute-Show, die jedes Mal eine Sexualisierung von Frauen in der Politik als hohoho bringt. Also es ist überhaupt nicht lustig mehr, die Heute-Show. Aber sich niemals trauen würde, sich niemals trauen würde, eine Satire zu machen, beispielsweise über die Anhörung, die letztens stattgefunden hat im Familienausschuss des Bundestags, wo ein de facto biologischer und rechtlicher Mann im Negligé aufgetaucht ist. Früher hätten wir uns alle darüber lustig gemacht. Denn, hey, man darf sich übrigens über alle lustig machen. Man darf sich auch über alle Religionen lustig machen. Gleiches Recht für alle. Aber offensichtlich eben geschieht das nicht. Punkt Lustigkeit. Es gibt zu dem Clip der Universitätsprofessoren, mein Lieber, es gibt mehrere gute, lustige Clips, aber es gibt einen mit einer Harry-Potter-Analogie, wo Dumbledore in der Universität der ZaubererInnen die ProfessorInnen befragt, unter anderem auch Snape, ob sie den Aufruf der Muggle-Bloods, also die Menschen zu vernichten, ob das mit ihren Schulregeln übereinstimmt. Und die antworten genau gleich wie die ProfessorInnen. Es ist extrem lustig mit einer fantastischen Pointe, sehr verehrte Damen und Herren, die werde ich nicht weggeben, aber die fantastische Pointe lehrt uns, auch in dem Fall der UniversitätsprofessorInnen und PräsidentInnen, eigentlich zu recherchieren, wer wem Geld gibt. Wer finanziert eigentlich welche Studien? Wirst du darauf jetzt verlinken, weil ich bin total neugierig, was die Pointe ist. Ja, ja, es ist auf TikTok. Ich bin ja selber nicht auf TikTok, aber ich habe es gefunden und kann es auch verlinken, dass wir direkt auf diesen TikTok-Clip von Harry Potter kommen, also einer neuen Version. Ist wirklich grossartig und sehr kurz. Wenn du gestattest, bringe ich auch noch einen Witz mit, weil wir haben ja schon beide offensichtlich den Verdacht gehabt, dass auch wenn wir uns vornehmen, rein positiv zu sein, das ist da halt immer so ein Körnchen. Wenn es um Frauen geht, ist eben aktuell nichts wirklich alles positiv. Also, ich habe die letzten Tage einen hinreißenden Cartoon gesehen, der sich anlehnt an diese moralischen Weltverbesserungsansätze. Und ich habe ihn übersetzt und ich versuche, den genauso pathetisch rüberzubringen, wie er gedacht ist. Gib einem Mann einen Fisch und er hat zu essen für einen ganzen Tag. Gib einem Mann jedoch einen Stift, dann wird er dir vielleicht einen Penis malen und dabei lächeln. Ich lächle auch, obwohl ich kein Mann bin. Also, es ist ganz gut, er ist wunderbar, er ist wunderbar. Ich werde den gerne als Bild, als Bild in unsere Folge bringen, das Cartoon. Ich habe natürlich noch einen Witz. Die Idealmasse eines Mannes sind selbstverständlich 90, 60 und 40. 90 Jahre alt, auf dem Konto 60 Millionen und über 40 Grad Fieber. Nein, aber ich kenne natürlich viele solche, da bin ich die alte Feministin. Darf ich noch einen jüdischen Witz bringen, der sehr gut in die jetzige Weihnachtszeit passt, wenn das okay ist? Ja, ich hätte dann noch eine positive Nachricht mit einem so negativen Kern. Ah, mit einem negativen Kern? Ah, okay, also dann bitte bring das doch. Ich habe auch noch eine gute Nachricht. Das ist gut, dann lass uns mal einmal meine gute Nachricht. Nergis Mohammadi wurde mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Wir haben ja schon darüber berichtet, als bekannt wurde im Oktober, dass sie ihn bekommen soll. Nergis Mohammadi konnte natürlich nicht zur Friedensnobelpreisverleihung kommen, denn sie sitzt im Iran im Gefängnis und ist aktuell im Hungerstreik. Ihre Kinder, Kiana und Ali, haben den Preis entgegengenommen. Eine wichtige, eine sehr verdiente Friedensnobelpreisträgerin, die Unfassbares auf sich nimmt und dafür jetzt ausgezeichnet wird mit dem Friedensnobelpreis. Das ist ganz wichtig. Andere, bei anderen lagen die Kriterien nicht ganz so hoch. Also beispielsweise Obama bekam den Friedensnobelpreis 2009, da war er einfach neun Monate im Amt und hatte noch nicht so wirklich was angeschoben. Und 2012 bekam die Europäische Union, also auch ich, ich war damals schon Bürgerin der Europäischen Union, den Friedensnobelpreis sitzend auf dem Sofa. Frauen müssen offensichtlich richtig was reißen und im Gefängnis sitzen und in Hungerstreik sein. Das passt aber zu meiner guten Nachricht. Eine Strafanzeige gegen einen iranischen Massenmörder, einen Verbrecher gegen die Menschlichkeit, hat geklappt. Die iranische Exilregierung, die Medien nennen sie immer Oppositionelle, haben Strafanzeige gegen Ibrahim Raisi, den iranischen Staatspräsidenten in der Schweiz, eingereicht. Geplant war nämlich ein Besuch von Ibrahim Raisi an der fürchterlichen Migrationskonferenz, Weltflüchtlingsforum. Das werde ich ein andermal sagen, weshalb dieses Gremium auch nur ein Lieferdienst für Diktaturen ist, aber egal. Also er hätte als hochoffizieller Staatspräsident an dieser Weltflüchtlingskonferenz in Genf teilnehmen wollen. Alles war geplant, die Sechs-Stern-Hotels in Genf auch schon. Aber die Schweizer Bundesanwaltschaft bestätigte die Anzeige wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, hatte noch keine Zeit, eine Untersuchung einzuleiten. Doch das Resultat war, Ibrahim Raisi hat sich natürlich nicht in die Schweiz bewegen können, weil die Gefahr, dass er, sobald er den Schweizer Boden betreten hätte, verauftet worden wäre, doch ziemlich gross sei. Und das ist doch wirklich eine wahnsinnig gute Nachricht. Eine wahnsinnig gute Nachricht. Die wollte ich unbedingt, unbedingt bringen und das müssen wir weiter existieren, auch im nächsten Jahr. Genau diese Mörder, den Mördern, die Anerkennung, den Habitus, gerade durch die NGOs zu verweigern. Das ist extrem wichtig. Ein weiteres Positives, wirklich einfach Positives, möchte ich mal loswerden, sind unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich habe, wir kriegen beide ja viele Nachrichten und oftmals auch einfach sehr, sehr schöne, wo uns Hörerinnen und Hörer auch schreiben, was wir bei ihnen angeregt haben. Und in der letzten Woche habe ich eine Hörerin getroffen, die mir direkt sagte, die Podcastin hat meinen Blick auf die Welt verändert. Und ich frage mich jetzt immer bei allen möglichen Themen, was bedeutet das für die Frauen? Wie viele Frauen sind betroffen? Waren Frauen dabei? Und das verändert mich grundlegend. Das fand ich ganz grandios. Eine andere Hörerin hat mir vor zwei Wochen geschrieben, dass sie sich bislang immer so als eher gutbürgerlich und naja, also so ein bisschen konservativ auch gesehen hat und durch die Podcastin angeregt wurde, durchaus authentisch mit ihrer Persönlichkeit und ihrer auch Verankerung in ihrer eher konservativen Milieus aktiv zu werden. Und sie hat angefangen, Leserinnenbriefe zu schreiben, unter anderem auf einen prostitutionsverherrlichenden, verharmlosenden Bericht in der dortigen Regionalzeitung. Großartig. Wo sie einen hochpolitischen, grandiosen, visionären Brief hingeschrieben hat mit dem Hinweis, was soll ich denn? Also unser Ziel muss doch sein, dass wir eine Gesellschaft sind, wo Frauen nicht gekauft werden. Und das finde ich so toll, weil es uns auch zeigt, wie das gemeinsame Denken, das gemeinsame Sprechen, das manchmal auch kontrovers auf etwas gucken, das löst draussen in der Welt etwas aus. Und das finde ich ganz, 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 ganz wunderbar. Das ist betörend und zauberhaft und in dem Jahr möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass Raffaella Gromes, die grosse internationale Cellistin, zusammen mit dem Booklet von Susanne Woznicka direkt auf die Podcastin auch zurückgeht. Nämlich Sony hat die erste Folge von FAM produziert von Künstlerinnen, von Komponistinnen, die neu interpretiert werden, eben durch Raffaella Gromes und immer wieder auch neu diskutiert werden von der Musik- und Kulturwissenschaftlerin Susanne Woznicka. Also wir haben ganz viele solche Beispiele von extrem tollen Frauen, die eben die Welt, die Wirklichkeit mitgestalten, indem sie dem sprechenden Denken von Isabel Runer und Regula Stempfli, das nicht immer einfach ist, folgen. Und so auch ihre eigene Freiheit und demokratische Gestaltungsmöglichkeit wahrnehmen können. Es ist wirklich fantastisch. Und es tut gut, sich auf positive Nachrichten zu konzentrieren, also mit dem Blick, um selbst im schlimmen Kern etwas zu entdecken, ja, da bewegt sich was. Und das tun wir auch immer, indem wir wichtige Themen, die quasi so von den Medien gerne übergangen werden und die Sichtbarkeit von Frauen nicht stärken, dass wir die aufnehmen. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar, Isabel Runer. Ich bin dir auch dankbar und wir wünschen, ich wünsche dir und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern schöne Weihnachtstage. Und vielleicht, wenn ihr unterm Weihnachtsbaum sitzt, untereinander zuprostet, tut das doch mal mit dem Spruch, auf das Gute in der Welt, auf die Frauen, auf die Frauen. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Runer und Regula Stempfli.